Und schon geht's los. Willkommen zurück zu Death's Gambit. Wir wollen ein bisschen die Gegend erkunden hier. Nicht hinter dem Phönix, da das merken wir uns natürlich im Hinterkopf hinter dem Phönix ist auch noch was. Und zwar glaube ich, dass wir zu dieser Tür hier kommen können. Von der anderen Seite. Indem wir nämlich hier da gehen. Den da aus dem Weg räumen. Der blöd Mann. Polster dabei in Schutz. Kriegst du eine Bombe? Lass mal ganz kurz gucken. Gepolsterter Beinschutz. Das ist das, was wir tragen, was wir auch richtig oft haben. Wir haben auch noch leichter Beinschutz. Der gibt Kraft plus 2 und Technik plus 2. Nice. Den haben wir sogar schon ein paar Mal. Moment mal, wir haben Technik 18. Das heißt, das können wir dann... Wir haben Technik 16. Wenn wir Technik 18 haben, können wir das benutzen. Ich glaube, wir haben auch noch mehr. Genau, wir haben nämlich auch noch den vergoldeten Helm statt des verstärkten Helms. Den hat einer von den Gegnern gedroppt. Himm hat aber Kraft und Int hoch. Das wollen wir gar nicht. Wir nehmen lieber Witt. Das ist besser. Waffentechnisch sind wir ja auch... Naja, es geht so. Hehe, die helle Bade ist aber eher eine Kraftwaffe. Das ist noch nicht ganz so interessant im Moment. Aha, was ist das denn hier? Irgendwelche Key-Items. Phoenix Daune. Na gut, okay. Anyway. So, schwupps. Hier unten können wir nämlich noch hin. Da ist ein Bogenschütze. Wir haben uns natürlich auch prompt erwischt. Und wenn man hier runterkommt... Ah! Hier ist auch noch eine Glocke. Da können wir unser Pferd herholen. Das ist bestimmt nicht das beschissenste. Aber da ist ein Buch, das wollen wir haben. Da kommen wir doch bestimmt hin, wenn wir hier lang gehen, oder? Ein Buch der Unsterblichen. Welches denn? Der Bulwark. Der Bulwark ist ein dienstbarer Kämpfer der festen Gewohnheiten. Die unerschütterliche und unsterbliche Kreatur wurde vom Erweckten gepflanzt. Ihre Wurzeln reichen bis tief ins Erdreich. Der Bulwark. Wer das wohl ist? So, was ist, wenn wir hier lang gehen? I don't know. Da geht es auch irgendwo lang. Wir wollen aber erstmal nach links weiter. Hallo Pferdchen. Hier gibt es nämlich auch noch was zu erkunden. Also da ist ein Item. Wollen wir uns das schon mal holen, ne? Gajanisches Blut. Ich weiß gar nicht. Hier unten war ich auch noch nicht. Aber solange wir noch zurück können, ist das bestimmt gut. Ich glaube, das rote Zeug ist nicht so gut für uns. Ist hier noch ein Boss? Darkness Falls. Einbruch der Dunkelheit. Ich habe Angst, Alter. Hier war ich überall noch nicht. Oh. Alter, was? Jungs, ey. Was seid ihr denn für welche? Sonnenstein. Bist du ein Gegner? Du bist ein Gegner, ne? Alter, was? Und dann macht er so einen krassen Slashy-Smashy? Jetzt muss ich da nochmal hin, um mir meine Feder zurückzuholen. Frechheit. Anyway, wir brauchen eh noch Erfahrungspunkte. Oder Scherben. Um uns aufzuleveln. Und hier. Heute rein. Aua. Okay, das war nicht so gut. Hier können wir auch rein. Wir waren jetzt aber nach links hier, genau. Und dann nach unten. Wo seid ihr, Jungs? Eine Alt-Winelle-Bade-Post 3. Also, wir haben Alt-Winelle-Bade. Oh, eine Alt-Winelle-Bade plus 3. Er fordert 3 Finn und 3K. 54 Schaden statt 47. Aha, die ist dann stärker. Guck mal. Alter, was? Moment mal, mein Freund. Das macht alles Null Damage. Feder gegrabt. Aua. Item gegrabt. Daher bin ich gerade hier runtergeschwebt. Ich weiß nicht, ob ich noch tiefer in die Dunkelheit will, wenn ich den ersten Gegner da schon nicht machen kann. Okay, das sind die Gift-Schleimis. Da hängt jemand. Ich glaube, hier will ich noch gar nicht hin. Will ich hier schon hin? Ich habe ein bisschen Angst. Leute, ich habe ein bisschen Angst. Wir können uns ja nochmal heilen eben. Besser ist es. Können wir den denn jetzt auch... Ne. Da oben ist irgendein Wirbel. Da ist noch so ein Gegner, den wir nicht besiegen können. Nicht einfach so irgendwo runterwoppen. Ah, hier geht es hoch. Was ist das? Okay, das ist irgendwie was. I don't know. Ich glaube, wir gehen hier noch nicht hin, wenn wir hier einen Gegner haben, den wir nicht besiegen können. Immortalit-Stein. Das ist mir nicht so gut hier gerade zum Gucken. Immortalit-Stein. Ein Stein, durch den legendäre Kräfte strömen. Mächtige Schmiedemagier können die Eigenschaften des Steins zunutze machen. Und damit Ausrüstungsteilen, Zauberkräfte verleihen. Wird der Stein als Objekt verwendet, verwandelt er sich in tausend Scherben. Den Legenden nach zeigt sich dieser Stein, wenn ein mächtiger und sterblicher kurz nach seiner Wiederauferstehung erneut getötet wird. Okay. Okay, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Wie mache ich denn den Typen kaputt? Ich habe doch gar nichts, was ich gegen den benutzen kann. Leute, wie geht der kaputt? I don't know. Finden wir noch raus, ne? So, hier. Zack. Leichter Beinschutz. Kräenfeder. Nochmal. Nice, nice. Das ist eine Treppe, eine Leiter. Zauberklingel. Aha. Das klingt doch schon wie etwas, womit wir ihn besiegen können. 15 Int. Intelligenzbasiert, 49 Schaden. Ein Katana aus dem Stamm der Logo. Das kann ich leider nicht anlegen. Kann ich da links rein? Nee, okay. Moment mal, da ist ein Buch. Was wollen wir? Lässt sich nur von der... Was? Von der rechten Seite? Lassen wir uns erst mal die Tür aufmachen, eben die Tür. Da oben irgendwas? Nö. Oh nein, ich war nicht nah genug dran. Typ. So, ihr pupst. Lässt sich nur von der rechten Seite öffnen. Also lässt es sich öffnen. Alles klar. Nice, nice. Geht das andere auch? Das lässt sich auch nur von der rechten Seite öffnen. Von hier? Nee. Schwupp. Das heißt... Ready? Ah, da ist Licht, da ist Licht. Da können wir rein. Nice. Was ist das? Reden. Hallo? Oh, Langbein. Gino macht neue Freunde. Langbein schützt Gino und Tuti und Luma. Äh, ich tue, was ich kann. Was? Wie schütze ich euch denn? Verkaufst du mir was? Verkauf mir. Da oben ist eine Treasure Chest. Ich will da oben hin. Und das zweite Buch vom Bulwark. Lass mal reingucken. Der Bulwark ist ein Relikt der Eiltiere. Oder Eiltier? Die über große seelische Energien verfügten. Seine Rüstung besteht aus einem wandelnden Sarg. Ein Vorläufer der heiligen Ritter, die ihm aufs Wort folgen. What? Der Bulwark, der alte... Ach so, jetzt... Ja, hier wollte ich jetzt nicht hin, ne? So, da konnte ich nicht rein. Aber hier kann ich auch noch nach links, oder nicht? Leuchtet hier! Ich hab Angst. Ist doch schon wieder so bossmäßig hier. Aber er greift nicht an. Hallo? Ich hab Angst. Ich hab auch ein Schild. Alter. Höh! Alter. Ah, ich wollte mich grad heilen. Okay. Okay. Der hat uns krass zerpflückt. Nur 370. Wir brauchen noch ein Level mehr. Dann können wir die neue Fähigkeit probieren, weil wir ja dann das plus 2 Hose anziehen können. Moment, wo sind meine Federn? Wieso hab ich nur 2? Ich kann nicht an dem vorbei rollen. Das ist ja unfassbar. Man kann ja an Gift sterben, das wissen wir ja. So, 2 Federn. Wo sind denn unsere anderen beiden Federn? Wo bin ich denn noch gestorben, ohne dass ich die eingesammelt habe? So, also einmal natürlich bei dem Dude hier links. Aber wo ist die andere, Leute? Wo ist die andere? So, ich geh schon mal weg. Tschüss. Wo ist die vierte Feder? Warte, die muss ja dann hier unten sein. Ne Vados Axt plus 3. Ich seh hier keine Feder. Heute, wo ist unsere Feder? Bin ich doch nicht mehr gestorben dann? Ich bin doch zurückgelaufen. Hier waren wir ja noch nicht. Ja, genau. Jetzt weiß ich auch, warum wir hier Sonnensteine kriegen und Drachenbären. Die sterben, wenn die ins Wasser fallen. Guck an. Da ist noch so ein Vieh. Aua, 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 aua. So. Ja, na klar. Alter, das macht übel viel Damage. Mal schnell weggehen. Aua. Was? Ach was, der hat von unten nach oben angegriffen, der Sack. Ich weiß nicht, wo unsere letzte Feder ist. Leute, wo könnte ich die verloren haben? Und wie verkauft man Items? Leute, das ist wichtig. Ihr müsst mir das sagen. Also gut. Wir versuchen jetzt die Feder zu kriegen und dann wieder zu gehen. So, ein paar Scherben. Du kannst mich mal in Ruhe lassen, bitte. Oh, das war knapp. So, dann hier. Dann hier runter. Genau, ich wollte gerade sagen, hier waren doch Dudes. Die droppen einfach ins Wasser und sterben. Oder auch nicht. Toll, jetzt bin ich vergiftet. Das ist so klasse. Ich geh mal weg. Tschüss. Tschüss. Ich geh mal weg. Was, der Typ kommt mit? Hm, gibt 35 Scherben. Die nehmen wir mit. I take it. So, jetzt kommt wieder dieser komische, gruselige Typ, dem wir keinen Schaden machen können. Halt mal. Das Buch. Dunkler Ritter. Ich glaube, ich bin ultra vergiftet. Ich habe keine Ahnung. Leute, kann ich meine Lebenspunkte bitte sehen? Danke. Ich muss nur hier rauskommen, dann ist alles easy. Wir kriegen zwar viel Giftschaden, aber wir können den auch nochmal wegheilen. Und dann hier lang die Abkürzung nehmen, wa? War doch hier lang, oder? Ja, sieht gut aus. So. Und dann kaufe ich mir die vierte zurück. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Wo war die denn? Man weiß es echt nicht, ne? Anyway. Reichen 260 denn zum Aufleveln? Ja. Technik 18. Bestätigen. Das heißt, jetzt können wir... Achtung. Wir legen jetzt... Die roten Hosen an. Die machen Technik plus 2. Dann haben wir deutlich weniger Leben, aber... Leute, jetzt passt auf. Passt auf. Wie jetzt? Technik 20, habe ich doch. Hä? Da steht 18 plus 2. Speer und Technik 20. Habe ich. Leute, warum geht das nicht? Warum kann ich das nicht anlegen? Dann möchte ich wieder die andere Hose anziehen. Die Vitalität plus 4 Hose. Na gut, okay. Anyway. Was sagt die Folgendauer? Zeit für eine Pause. Wir machen hier eine Pause. Und ich glaube, es geht wieder zurück zu dem... Gebiet hinter dem Phönix. Denn hier dieses Dunkelheitsgebiet... Ist, glaube ich, doch ein bisschen böse. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.